Ja Moin, da ist er wieder, der alte Babsack, der meldet sich mal wieder auf YouTube. Und will mal zeigen, dass meine Anlage mal wieder um einiges gewachsen ist. Schauen wir mal. So, gar nicht so einfach jetzt. Ja, Mikro 1, 2, 3, 4 sind das jetzt. Das wird immer mehr, braucht da irgendwann wohl mal so einen Mikrogeigenbaum oder was das ist. Und hier, hier meine neueste Errungenschaft. Habt ihr sicher zuhaufe bei YouTube schon gesehen. Das ist die Boss RC505. Ein Looper vom Feinsten kann ich nur sagen. Mal ganz kurz, mal ganz kurz anspielen. Ich habe das Ding Gott sei Dank noch bekommen, bevor es vergriffen war. Momentan nirgendswo erhältlich. Ab September wohl erst wieder die Lieferzeit. Klicke gleich los. Schauen wir uns das Ding mal an. Ja, wie hier gehabt von Yamaha der Kleinstmixer. Denn hier der Voice Transformer von Roland und hier ist das der Vocoder von Roland. Hier Grafit 49, wie gehabt. Steht schon lange da. Und hier unten natürlich nicht zu vergessen Yamaha. Hier unten das Tairus 5. Immer noch das Flaggschiff von Yamaha beim Keyboard. Und hier das Motiv XF6. Ja. Schauen wir mal. Wollen wir mal kurz. Wird jetzt schwierig mit einer Hand alles zu bedienen. Ich probiere es ganz einfach mal. Ding. Hashtag Hoffmann Untertitelung. BR 2018 Einfach geil dieses Teil. Stay by me. Ja. Wunderbare Maschine. Super Spielzeug. Kann man ganz viele Sachen damit machen. Stay by me. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018